Man kann nicht jede Geschichte von ihrem Ende her erzählen, aber die hier, die hier beginnt mit einem Ende. Und ich hörte, wie eine Stimme einer großen Schar, wie eine Stimme starker Donner, die sprachen Halleluja. Max ist tot, gestorben. Das glaub ich doch gar nicht. Habt ihr wieder recht gesoffen? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ja, du hättest leicht zustimmen. Du bist doch tot. Allerdings, schaust du mir an, als hättest du noch nie gespanscht gesehen. Hab ich auch nicht. Zeig dir mal, zeigen was. High five. Was soll denn das jetzt? Das ist die Chance, das ist ja Hummel. Woher, Bürger, woher? Ich muss halt bald wieder zurück nach Hamburg. Nicht dein Ernst. Doch, Prüfungen. Damals haben wir fest geschafft. Aber für die Liebe, für die Liebe, da hatten wir immer Zeit. Willst du einen Schnaps? Einen Schnaps? Ich hab Eierlikör. Es fährt kein Zug, immer noch nicht. Ist doch mal was anderes als Sushi. Dann lohnt es sich, euer Zugang aus der großen Stadt zu uns Bauern. Ach, du blödes Arsch doch, du Blöde. Ach, hau hier ab. Wir brauchen dich nicht. Was willst du denn? Willst dich etwa entschuldigen? Für den Scheiß, der ich nämlich hier sitze. Gleichzeitig führe ich zum Ende, was wir begonnen haben. Wenn ich den sagen, wenn es den Marsch gibt, dann spielen wir ihn, oder? Ja, der hat er gespielt. Ja. Drei, vier. G alle. G. Botha und Dr. T истории G. 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 Vielen Dank.